moinzen und hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge von vanilla weinschaft bei mir dabei wieder gibt die ich soll mich beeilen und die ist immer noch nicht hier das ist doch das nehmen ich wollte schon seit mindestens eine halbe stunde auf meinen auf meine ressourcen aber madame madame sklaven brauchen wir wieder ewig madame sklaven steht nämlich hinter dir gut ja warte mal kurz ich hab keinen platz mal schnell hier was in die kiste räumen aber wieso riechen dass bei mir jedes mal nach frau wenn mein duftspray riecht na wieso frauenparfüm wo ich muss ja sagen ich feier frauenparfüm das riecht ja auch irgendwo geil ich bin ja ein bock in der dritte wohnung 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 in so einer höhle drinnen wieso weißt du dass sie unter uns hören sind weil ich vor uns schon mal fast in eine reingesiedelt wäre auch bloß was da hast du noch glück gehabt mit deinen ohren steuer ich eigentlich die ist auch immer nett zu mir jetzt darf ich mal nicht nett sein ist das versammelt ach so ich habe wieder platz im inventar weil ich jetzt was gefurdert habe gg alter ich muss mir das gg abgewinnen oh ja das hat er ins daraus noch in das sitzen weg und sein gg von wem bei mir ich weiß wo dein haus wo ich weiß wo der auto parkt hast du schon mal uns überhaupt logisch quatschen gehört mal gucken ich brauche hier noch fenster sonst wird es wieder schweine dunkel in dem ding hier in dem foyer in dem foyer ne oh je ich nehme mir das wird in den mund oh foyer hast du dann auch einen concierge ja da rennt irgendwo rum was denn du hast gesagt du wirst für mich arbeiten als können sie ja das wort das war grundvoraussetzung vom bewerbungsgespräch was denkst du heil runter und prächtes gewinn doch dort bist du ne ich glaube den gefallen wärst du heute mal nicht tun oh scheiße ooooh mach das kleine negrolein nimm mit ich brauch noch viel 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 zu viel holz ich muss ja sagen ja also ich finde den schilder ja eigentlich doch ganz schön praktisch oder da hast du jetzt erkennbar drauf ich habe es installieren müssen oder ja ist aber genauso einfach wie optifine super naja man was mache ich denn wieder von mist ich verbaue mich jedes mal nein nicht bloß du ja bei dir ist das ja normal boah na wieso wie lange spielst du schon minecraft wie lange sie ist da und wie lange spiel ich schon minecraft viel zu lange ich habe schon minecraft gespielt hast du noch in den wittel geschissen die wohnen baukär klappt noch was perfekt im booking down the street im booking die 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 was dann ich jetzt will die mich schon mit spitzhacken bewerfen sowas müssen wir hier und tun jeden tag diese beleidigungen diese diskriminierungen kann ich ja mal diskriminieren ja lass mir stecken uns diskriminiere ich mal zurück er zeigt mal deine bruchbude er hat die wirklichen Huhn in der Brüder super du Arsch naja gleich und gleich gesetzlich gern was ist hier außerdem ich sag mal sie Arsch ja so viel Zeit muss sein darf schon wieder Holzfällen gehen naja ist der Bäume ja ich weiß ich hab ja hinter mir auch genug Bäume nee lass doch mal den Waldwald sein nee den wollte ich ja wenn du den noch verwenden mann jetzt nee na klar jetzt wann sonst ich verwende den schon unter mir ist Lava mhm so hoch so und jetzt äh Moment das sind hier nee das war jetzt zu tief ja schaut schick aus so so das hast du gemacht heute neben muss alter das Licht blendet nee heute nehmen muss ich ehrlich gestehen außer eben halt mein Rechner komplett neu installiert der langeweile hat macht so was ich weiß dass du sowas nicht hast was lange weile doch ich kenne dich nein doch scheiße nein was dann hab ich auch verdammte angst das ist ein großes panoramafenster holy moly ich brauche holz ich hab holz ja du wirst du wirst du bloß dass ich holz hacke weil du keine bock hast holz sagen nein niemals würde ich mir nie erlauben ich brauche holz du glaubst ich kenne dich langsam ich weiß wie du siehst und ich wisse wo dein auto packt ich muss dann überlegen wegen dach das kann dauern also wir werden dann in fünf folgen mitbekommen wie giftig daraus sieht oder in sechs folgen je nachdem wie schnell sie ist war nie gerade schnellste sorry wenn ihr nicht sehen aber mir geht es gerade genauso ich sehe mich auch 0 das problem bei dem bei dem fotorealismus eben halt dass es schweine dunkel ist es ist doch noch nicht dunkel dass das texte pack ist allgemein dunkel deswegen ach so naja ich habe mir kackt jetzt die aufnahmen hier ab weil jetzt versuche ich nämlich ein anderes aber dass wir genauso dunkel aus bescheiden aus ne dunkel ich nehme jetzt einfach mal wieder die normale holy moly ok ist genauso dunkel aus man dann glaube ich mal gar nicht gebracht was bei dir jetzt sind da in dem zimmer schon darf ne allgemein da ist doch heller ja ich aber mit arbeite mit schäders denken ach ja das ist ja dann dunkler es wird finster im oster ist es du es doch der roten schwarzer schulster die haja machen ihr macht das also geil ist wie das wie das wie das lichter fackeln in dem wasser spiegelt oder ist es dunkel der mond das sieht so scheiße aus das ist ein viereck ich habe mich jetzt gerade daran gewöhnt an das fotorealismus tut mir leid leute aber muss sein das ist doch geil ist wie die brennen nein doch nein nein was hast du jetzt gemacht also ich sehe unten null selbst die fackeln bringen nicht also mit den texturen per schrägstrich schädern muss ich mir erst noch überlegen weil das ist ja wirklich auch dunkel ja es war ein gräber und hat gedacht höpst höpst und zack obwohl da besteht ja wichtig ehrlichkeit schon hochgeschraubt die ehrlichkeit steht jetzt ganz oben ich weiß nicht ob ich das eben halt in den chat option erinnern kann videosetting shaders antializing of maman cloud out lightning on mal gucken ja das ist das ist bei meinem bei meinem stream mit der demnächst online geht von loll auch dabei das ist das was mich eigentlich stört deswegen versuche ich immer mit 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 auto city erst mal schon noch downloaden noch aufzunehmen damit eben halt diese ekelhaften stören der hintergrundgeräusche auch noch los habe ein valking da und es tritt ein er hat sich hat gefunden dort ich jetzt war ja aber das ist ja praktische mit meinem schwert einschlag und die sind weg bei mir waren soll bei weiß noch babys waren ja meist noch baby du tötest kinder bitte ordnet das war ich mir merken was doch gekillt ne ich habe sie lieb gestreichelt ja dass sie dann umgefallen sind aus was kann ich nicht dafür wenn denn vorumfallen alle das also ich muss sagen das war es ist ja schon richtig edel aus mit dem shader ja jamm 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 äh kleiner typ du bist minecraft kein jump run ich komme aber gerade ein jamm 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 ups verdammt das war nicht so hoch nein scheiße wenn ich bin ich auch kann man spielen würde das ist bin teures aber ob das ist das lohnt keine ahnung da spielst du eben halt ein fürster sage ich jetzt immer und muss eben halt durch schwieriges gelände durch das ist eben halt so mit physik senden und so also wo die physik wirklich realistisch berechnet wird fährst du eben halt so oft mal über die gleiche stelle ist die straße dort komplett unpassierbar und du brauchst unfälle ohne ende aber ich weiß nicht ob das weiterentwickelt wird ob das jetzt schon fertig ist das spiel ob das in der alpha beta gamma delta war kann ich die blöderweise nicht sagen aber ich muss sagen das licht ist heller geworden stimmt das ist jetzt gern dort ne ich hab los und lightning angemacht das ist alles jetzt ein bisschen heller geworden so und deswegen wenn es wirklich bloß im endeffekt die kleine strecke ist dann lohnt sich nicht das spiel zu holen so leider gottes muss ich euch da draußen jetzt auch schon wieder mitteilen das war es wieder für den fall wird für detail wir werden uns noch was kräftiges für gift die einfallen lassen damit was man richtig ärgern können wenn es euch gefallen hat dann könnt ihr mir irgendwie feedback entlassen wäre cool und ich würde sagen wir sehen uns dann das nächste mal dann schüssen